Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie-Botschaft hier auf meinem YouTube-Kanal. Falls du neu hier bist, mein Name ist Sabrina. Ich mache intuitive Kartenlegungen. Ich biete auch persönliche Kartenlegungen an. Alles Infos findest du unten in der Infobox. Und wir beginnen heute mal direkt mit einem Orakel-Karten-Set, was wir schon sehr lange nicht mehr benutzt haben. Ja, ich habe heute einen Ohrwurm. Und das geht jetzt schon eine ganze Zeit so. Und zwar von Patrice Today. Ja, also falls jemand da mal reinhören möchte oder falls ich da gleich dran denke, packe ich euch das mal in die Telegram-Gruppe. Falls jemand Lust hat, sich mir anzuschließen, können wir gerne gemeinsam Every Day is Good hören. Ach nein, ich meine gar nicht Today. Wie heißt denn das Lied? Every Day. Genau. Every Day. Das Lustige ist, er singt Every Day is Good because of being alive. Und das Lustige ist ja, einer meiner Söhne heißt live. Und das Lied geht natürlich nur um ihn. Es ist gut, jeden Tag als live aufzuwachen. Auf jeden Fall. Ja, dementsprechend bekommt ihr jetzt hier meinen Hackbraten ans Ohr. Wir haben die als erste Karte, die Karte der Rednerin. Deine rhetorischen Fähigkeiten sind Teil deiner Lebensaufgabe. Also falls du dich dazu berufen fühlst, auch den Menschen eine Fritte ans Ohr zu reden, do so. Denn wer wird schon dafür bezahlt, dass er die ganze Zeit redet? Ich weiß nicht, was sind das für Menschen, die dafür bezahlt werden, dass sie die ganze Zeit labern und labern und labern? Ich weiß nicht. Licht und Liebe Menschen vielleicht. Deine Aufgabe ist es, göttliches Heilungslicht und Liebe in diese Welt zu bringen. Also falls du dich berufen fühlst und ebenfalls Orakelkarten zu Hause hast und eine gute Verbindung nach oben, dann lass dir doch gesagt sein, den Versuch ist es wert. Komm auf unsere Seite. Lass die Welt an deinen Botschaften teilhaben, an deiner Lebenserfahrung, an dem, was du hier anzubieten hast. Denn wir alle sind ein individueller Ausdruck des großen Ganzen. Und nee, das will ich hier nicht so umgeschmissene Karten. Ich möchte gerne Karten ziehen, glaube ich, heute. Licht, na, du willst raus. Okay, okay, ich gehe mit dem Flo. Beobachte deine Emotionen mit dem Wasser. Guck, was es mit dir macht, wenn du über Sachen redest. Das sind schon wieder so viele. Na gut, ich gebe mich geschlagen. Also, was haben wir dann hier so? Die Klarheit. Die Richtung zeigt sich dir jetzt an. Am Wochenende hatten wir auch schon das große Thema der Vision. Und zwar war das am Sonntag in dieser Mammutlegung, die wir mit den Chuck Spezzano Karten gemacht haben. Die geht, glaube ich, 35 Minuten. Ich fand sie sehr gehaltvoll. Vielleicht hast du da Interesse, falls du es noch nicht getan hast, da auch nochmal reinzuhören. Ich versuche am Ende des Videos, das in den Abspann zu machen. Ansonsten einfach unterhalb dieses Videos da unten mal auf meinen Namen klicken. Dann müsstest du das sehen. Das ist das letzte Video, was richtig lang ist. Also das vorletzte Video von vorgestern. Genau. Da müsstest du das sonst auch finden. Da ging es nämlich darum, auch mit diesen Emotionen und dem Wasser und den Gefühlen, hier haben wir noch mehr Wasser, Regen. Auch der stärkste und längste Regenguss macht irgendwann der Sonne Platz. Dann bin ich mal gespannt, was die letzte Karte sagt. Ausweg. Es gibt immer eine Lösung für das Problem. Also, falls du das Gefühl hast, hier in deinen Emotionen zu ertrinken und dass der Regen niemals aufhört, dann lass dir gesagt sein, dass du diese neue Vision hast. Wenn es aufhört zu regnen und das Meer aufhört sich zu überschlagen, dann kann die Möwe wieder fliegen und du siehst hier aus der Tür raus wieder diesen Sonnenaufgang. Dann kommt das Licht wieder. Das göttliche Licht und Liebequell steht uns allen zur Verfügung, auch wenn es sich im Alltag manchmal nicht so anfühlt, als ob wir beschützt und behütet wären. Aber es ist so. Wir dürfen uns selbst immer wieder auch gut zureden, dass das so ist. Und wer mir hier schon länger folgt, der weiß, dass ich überhaupt kein Licht und Liebe, nur Licht und Liebe Fraktionsmensch bin, sondern manchmal ist es auch das Spirituellste, jemand anderem zu sagen, er soll sich mal verpissen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Wir müssen nicht immer die Probleme aller anderen Leute aus ihnen heraus lieben. Wenn dich jemand schlecht behandelt, wenn jemand nicht gut zu dir ist oder wenn du nicht gut zu jemandem sein kannst, dann geht auseinander. Im wörtlichen wie im übertragenen Sinne und auch wenn es Familienmitglieder sind. Wenn du mit jemandem nicht zurechtkommst, der dein Licht und deine Liebe nicht sieht und dir den Mund verbietet, dann ist das liebevollste, was du sagen kannst, vielleicht einfach mal der Mittelfinger sich umdrehen und gehen. So ist das im Leben manchmal. Love it, change it or leave it. Überlege dir, was du liebst und schenke ihm Zeit. Überlege dir, was dich stört und verändere es. Überlege dir, was du loslassen musst und wovon du dich befreien willst, weil du es ohnehin nicht ändern kannst. Love it, change it or leave it. Eine alte Managerweisheit aus Amerika. Wenn du nicht die Möglichkeit hast, etwas zu verändern an der Situation, dann musst du dich damit arrangieren oder sie akzeptieren oder das Weite suchen. So sieht es aus. Genau das wollte ich hier gerade sagen. Also wenn jemand nicht sehen will, dass du aus Licht und Liebe heraus handelst und dich irgendwie unterdrückt, was dir wiederum hier lauter Tränen, Regen und Gefühlschaos bringt, dann wirst du eine neue Richtung sehen. Es gibt für dieses Problem eine Lösung. Es gibt eine Lösung. Es gibt einen Change oder einen Exit. Vielleicht haben deine Kinder oder der Kinderwunsch oder die Kinder eines möglichen Gegenübers Einfluss auf dein Liebesleben. Ja gut, das kann natürlich durchaus sein, weil es einfach so ist, wie es ist. Aber zu Licht und Liebe gehört halt auch, dass wir alle unser Gepäck mit uns rumtragen. Also falls du neu hier bist, ich bin Mitte 30 und bin eine alleinerziehende Mutter von vier Kindern. Ich spreche hier aus Erfahrung. Wir sind nicht die begehrtesten auf dem Markt. Sagen wir es mal so. So, dann haben wir hier noch eine Täuschung. Und jemand in dieser Beziehung verbirgt sein wahres Ich hinter einer Maske. Okay. Was haben wir noch? Lass deinen Ex-Partner los. Okay. Nehmen wir noch eine letzte. Befreie dich. Ja, gruselig, wie eindeutig diese Sprache spricht. Also, falls du so ähnlich wie ich in so einer Situation bist oder es mit einem Partner zu tun hast, der ebenfalls Kinder mitbringt oder mit jemand anderem Kinder hat. Also, wenn du jetzt einen Mann kennenlernst, der hat Kinder, dann weißt du, dass höchstwahrscheinlich dieser Mann alle 14 Tage seine Kinder zumindest über das Wochenende nimmt. Und wenn er dann noch ein bisschen besser drauf ist, nimmt er seine Kinder vielleicht nach Möglichkeit auch nochmal öfter oder in den Ferien und so. Du weißt, dass Kinder Einfluss auf das Liebesleben haben. Du kannst mit jemandem, der bereits eine Familie gegründet hat, die aus Gründen auseinandergegangen ist, whatever, warum das so ist, wenn dieser Mensch seine Kinder liebt, ob jetzt Mann oder Frau, dann wird das Einfluss auf euer Liebesleben haben. Ganz einfach dadurch, weil da auch Licht und Liebe fließt. Die kürzeste Verbindung in der Liebe ist, glaube ich, zwischen denen einer Mutter und ihrem Kind oder zwischen einem Vater und seinem Kind. Und ich kann das nur aus der Perspektive der Frau heraus sagen. Ich glaube, für Männer ist das auch ganz strange, irgendwie mit dem Kind keinen Kontakt zu haben, bis es geboren wird. Also, ich kenne das ja nur so, dass man das Kind schon spürt, bevor es dann da ist. Also, die Verbindung ist auf jeden Fall groß, sagen wir es mal so. Wenn du da jemanden kennenlernst, der so tut, als ob seine Kinder vielleicht auch nicht so viel in seinem Leben zu suchen haben, dann wäre das für mich eine große Red Flag. Also, dann wäre das für mich ein großes Warnsignal über dem Kopf, wenn jemand seine eigenen Kinder vernachlässigt, um anderen Themen nachzugehen, nur anderen Themen nachzugehen, auch wenn dieses andere Thema vielleicht ich bin. Weil die Liebe ist ja da. Und nur weil jemand eine neue Liebe kennengelernt hat, heißt das ja nicht, dass er seine ehemaligen Lieben vergisst. Was nicht für Ex-Partner gilt. Also, nur weil man sich ständig mit seinem Ex-Partner herumschlagen muss, um irgendwas wegen der Kinder zu klären oder um die Kindererziehung zu klären oder irgendwelche anderen Angelegenheiten, die halt aus solchen Verstrickungen passieren. Das ist noch keine Täuschung, aber es geht darum, zu klären, deine Energie zu klären, was wir auch hier oben haben. Bist du mit diesem anderen Ex-Partner noch so verstrickt, dass der halt ständig präsent ist in deinem Alltag? Was natürlich sein kann, wenn man noch nicht zu Ende geschieden ist, das Sorgerecht nicht richtig ausgehandelt ist oder es ständig Probleme gibt, auch dieses Leben als getrenntes Paar mit den Kindern zu leben. Wenn du da Probleme hast oder der mögliche Partner, auf den du schaust, Probleme hast, dann ist das leider das Leben. Wenn du einen Partner hier findest oder du es selber bist, dann kann es einfach sein, dass es immer wieder temporär zu Verstrickungen kommt, solange Kinder noch klein sind und man diesen Kontakt zu einem Ex-Partner vielleicht halten muss. So, für all diejenigen, die keine Kinder mit einem Ex-Partner haben, wollen wir jetzt nochmal die Situation kurz umdrehen. Also, falls du den Wunsch hast, Kinder zu bekommen, Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben. Du hast keine Kinder, du lernst jemanden kennen, du hast vielleicht auch deine Themen bearbeitet, hast vielleicht jemanden losgelassen, der losgelassen werden musste. Vielleicht hast du mit einem Ex-Partner versucht, eine Familie zu gründen, das hat nicht geklappt oder das war dann doch nicht der Richtige und dann kommt da jemand und verspricht dir das Blaue vom Himmel. Dann kann es auch sein, dass du hier in der Täuschung aufsitzt. Also, wenn jemand gleich kommt und sagt, boah, mit dir will ich eine Familie gründen, lass uns ein Haus kaufen und 15 Kinder machen und dann leben wir happy ever after, ist auch nicht das Richtige. Es ist an der Zeit, dein Leben selber unter Kontrolle zu bringen und Lösungen für Probleme zu finden, die du vielleicht mit dem Leben hast, unabhängig davon, was irgendwelche Ex-Partner tun oder was irgendwelche Leute dir vorspielen. Wenn du den Wunsch hast, Kinder zu bekommen, dann achte sehr genau darauf, mit wem du die Kinder bekommst. Eine Warnung von einer frühen Vielfachmutter, denn es hat natürlich Auswirkungen auf alles. Deine Beziehung zu dem Menschen, deinem Gegenüber, zu dem Mann oder dem Frau, mit dem du Kinder haben möchtest, beeinflusst wahrscheinlich dein ganzes weiteres Leben. Ob du nun mit diesen Menschen zusammenbleibst oder ob du mit diesen Menschen irgendwann auseinander gehst, das beeinflusst dein ganzes Leben. Ich habe drei Söhne und eine Tochter und es ist abzusehen, dass die Söhne wahrscheinlich irgendwann mal ihrem Vater sehr ähnlich sehen werden zum Beispiel. Und ich frage mich manchmal so insgeheim, wie ich selber damit umgehen werde, wenn sie ihm halt immer ähnlicher werden mit der Zeit. Also wenn sie ihm äußerlich immer ähnlicher werden, eventuell auch charakterlich. Das sind so Sachen, die bleiben halt. Kinder bleiben. Kinder sind kein Haustier. Und auch wenn man sein Haustier sehr liebt, ja, Kinder sind vollwertige Menschen, vollwertige Ausdrücke der Licht- und Liebequelle. Kinder zu haben, ist eine große Verantwortung. Und nur, um eine Beziehung zusammenzuhalten, ist es nicht ratsam, ein Kind miteinander zu machen, nur damit man miteinander verbunden bleibt. Es gibt ja auch so Frauen, die gerne diesen Weg gehen, sich dann abhängig zu machen, beziehungsweise den Mann in eine Rolle zu zwängen, weil sie dann Kinder miteinander haben. Aber das sind halt alles Randerscheinungen. Das sind alles so mögliche Konstellationen, die man hier rauslesen kann. Das muss nicht auf jeden zutreffen. Das muss auch nicht immer Hinterlist dazu sein. Also ich habe auch nicht hinterlistig Kinder bekommen, um diesen Mann zu halten. Aber es gibt Menschen, die sind so. Genau. Aber vielleicht solltest du dir Klarheit erstmal darüber verschaffen, wirklich, was dein Problem wirklich löst und wie du dieses emotionale Chaos dahinter dich bringst, sodass du hier diesen ganzen, weil das sind ja echt hier drei Karten, die wirklich nicht so cool sind, dass du das wirklich hinter dir lassen kannst. Aber irgendwie finde ich das gerade sehr unbefriedigend, muss ich ehrlich mal sagen. Ich nehme jetzt hier aus diesen rosa Häufchen von den Chuck Spezzano Karten, aus den Karten der Erkenntnis, nochmal eine Karte, die uns vielleicht mal einen Hinweis darauf gibt, wie wir denn diese Aufgabe der Heilslicht und Liebe dann wirklich in die Welt bringen können. Wie können wir denn hier unser Licht strahlen lassen, wenn wir doch gleichzeitig irgendwie befangen sind? Weil da unten ist eine wahnsinnige Befangenheit in der Ecke. Deine Begabung ist die Gabe. Also vielleicht, ne, die Fähigkeiten, rhetorische Fähigkeiten einsetzen, um deine Lebensaufgabe zu vollstrecken. Das ist der Schlüssel zu dem geheimen Garten. Also was mir jetzt gerade hier reinkommt, ist auf jeden Fall, dass du eine Geschichte zu erzählen hast. Vielleicht hast du hier auch so eine verrückte Ex-Partner-Geschichte zu erzählen. Und vielleicht solltest du sie erzählen. Schriftlich, mündlich, wie auch immer, daraus ein Kabarett-Programm machen, dir eine Sitcom ausdenken über dein Leben. Nehmen etwas, dass du jetzt mit diesem Wissensschatz und mit diesem, diesen, wie soll ich es nennen, mit diesem Erfahrungsschatz, ist auch nicht das richtige Wort, was ich suche. Es tut mir leid, ich finde das Wort gerade nicht, was ich meine. Also dieser Schlüssel da unten, den du da hast, einfach deine Lebenserfahrung, die du mitbringst, dieser Sack voll mit Anekdoten und Geschichten, vielleicht schließt er dir das Tor zum Paradies auf. Und dahinter sind ganz neue Dinge, die du erleben kannst. Aber die Gabe in dieser Situation, das, was auch du geben kannst, ist deine Begabung. Und wenn deine Begabung das Schreiben ist oder das Reden, dann könnte es sein, dass du hier wirklich einen krassen Richtungswechsel hinlegen wirst. Kann natürlich auch sein, dass jemand gerne Kindergeschichten schreibt. Auch das könnte Einfluss haben. Aber ganz gleich, wie sich das bei dir zeigt, das muss ja nur nicht schriftlich sein, vielleicht hast du einfach die Begabung, anderen Leuten jetzt wirklich etwas mitzugeben, aus dem, was du schon erlitten hast. Und dann haben wir hier noch einmal die Inspiration. Diese Karte hatten wir gestern auch in dieser Mammutlegung. Du kannst dadurch inspirierend auf andere einwirken, wenn du Hindernisse überwindest, die dich bisher zurückgehalten haben. Ja. Und das muss gar nicht mal nur für die Liebe sein. Es könnte natürlich auch sein, wir haben jetzt hier die Karten aus dem Liebesdeck genommen, aber es könnte natürlich auch sein, dass du hier es mit einer Arbeitsstelle zu tun hast, die dich einfach nicht mehr bockt. Du kommst nicht mehr, hast nicht mehr genug Zeit für deine Kinder. Du musst eine Maske tragen. Du wirst forciert, Dinge mit deinem Körper zu tun, auf die du auch keinen Bock hast auf der Arbeit, nur um die Arbeitsstelle zu erhalten. Eventuell arbeitest du sogar mit einem Ex-Partner zusammen. Dann ist es an der Zeit, dir die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen, indem du die rhetorischen Fähigkeiten nutzt, dein Leben auf eine neue Stufe zu stellen. Nutze deine Begabung. Vielleicht inspiriert dich auch ein Dritter oder du inspirierst jemanden, jetzt diesen Weg auf eine andere Art und Weise zu nehmen als bisher. Ja. Und das war schon wieder ein Riesenroman am Dienstag. Ich hoffe, die Legung hat dir gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über ein Däumchen nach oben. Falls du es noch nicht getan hast, aber dabei bleiben möchtest, freue ich mich auch darüber, dich als neuen Abonnenten zu begrüßen. Alle weiteren Infos zu den Social-Media-Accounts und dem ganzen anderen Internetgedöns findest du ebenfalls unterhalb des Videos. Und dann sage ich dir einen schönen Tag, gehabt dich wohl und dann bis morgen. Ciao.